guten morgen so ich befinde mich in astra shen das ist die letzte größere stadt vor der grenze zu kasachstan und ich stehe hier am ufer der wolga ein gigantischer fluss kann ich nur sagen können wir hier einfach einen blick drauf werfen allerdings was wir hier sehen ist nur ein kleiner nebenarm das grüne da hinter mir das ist eine insel und dahinter geht es weiter und wenn man nach da in die stadt schaut sieht man da hinten läuft die insel wieder läuft die insel aus und da verdoppelt sich die breite dann fast ja ich wundere mich da hinten ist strand da baden leute drin ob ich am ende der wolga darin baden wollte was da schon alles reingelaufen ist auf der langen strecke die das ding durch russland durchläuft weiß ich nicht glaube schon ein bisschen bedenklich aber die russen sind ja hart entnehmen habe ich festgestellt ja so viel hier ich fahre jetzt weiter nach kasachstan vielleicht mal eine kleine stadtrundfahrt mit dashcam aber weiß ich noch nicht es ist schon wieder sehr warm gut also bis später ciao